Du fragst dich verzweifelt, welches Gemälde diesmal an der Reihe ist. Beschützt dich. Man will als Modell doch wissen, wozu man verwendet wird, nicht wahr. Du solltest froh sein, dass du das Gemälde nicht kennst. Wenn du es nämlich wüsstest, wird das Frauen die Axt nicht übermachen. Glauben Sie, nur weil ich hier unter dieser Decke liege, können Sie irgendwelche Fragen an mich stellen? Geben Sie es auf! Bilden Sie sich bloß nicht ein, Sie könnten irgendwie hinter die Geheimnisse kommen. Geben Sie es auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020